Morgen sollen wir Fort Woh angreifen. Niemand weiß, was sich hinter diesen dicken Mauern verbirgt. Es heißt, die Festung wurde nach Bismarcks schrecklichem Krieg errichtet, um die Region vor zukünftigen Invasoren zu schützen. Und hier stehen wir nun, gehen uns gegenseitig an die Kehle und sterben lieber, anstatt auch nur einen Schritt zurückzuweichen.